Herzlich Willkommen, mein Name ist Pat Hock und der Patient des heutigen Tages ist der Glengiri, 12 Jahre. Heute bin ich geschmacklich in den schottischen Highlands unterwegs bei der Brennerei Glengarioch Glengiri, eine der ältesten Whisky-Brennereien in Schottlands, das muss man auf jeden Fall mal erwähnen. Ich habe hier von Glengiri schon ein bisschen was im Video probiert, allerdings nicht viel, was daran liegt, dass das Sortiment der Brennerei im Bereich der Originalabfüllung recht überschaubar ist. Es geht im Sortiment los mit dem sogenannten Founders Reserve ohne Altersangabe, Anfang 30 Euro, den habe ich schon im Video probiert, der hat mir damals im Video nicht sonderlich gefallen, ich habe den die letzten Jahre auch immer mal wieder im Glas gehabt, hat mir noch nie gefallen, ist nicht mein Whisky. Dann geht es weiter über den 12-Jährigen, so wie er hier neben mir steht, in 07 gibt es auch eine Literbuddel, über den 15-Jährigen, der ziemlich nice ist, habe ich auch ein Video dazu online, Sherry-Fass gereift, höherer Alkoholgehalt, da geht was. Und da gibt es auch den Virgin Oak. Und da, auch da muss ich sagen, den habe ich im Video probiert, ich mag kein frisches Holz überhaupt nicht, wer meine Videos kennt, der weiß das, aber dieser Glengarry Virgin Oak, das ist so eine angenehme Ausnahme, weil den finde ich ziemlich geil. Und wenn mir ein Whisky, der frisches Holz hat, so gut gefällt, dann ist das schon mal ein Statement. Super Whisky. Ja, und dann war es das eigentlich auch schon im Sortiment. Diese Renaissance-Serie, die lief dann irgendwann nach der vierten Abfüllung aus, waren übrigens auch sehr geile Whiskys. Also ich würde mir wünschen, dass Glengarry im Bereich ihrer Originalabfüllung ein bisschen was macht. Also da geht doch was. Die gehören einem riesengroßen Konzern. Innerhalb dieses Konzern fliegen sie ein Stück weit unter dem Radar, was ja eine klasse Sache ist. Aber dennoch, also so drei, vier Originalabfüllungen, ja besser wie keine, aber da könnten sie ein bisschen was machen. Also ich würde mir zukünftig mehr Glengarry wünschen, weil ich mag die Brennerei eigentlich. Nicht unbedingt im Sinne von reinen Bourbonfass-Reifungen, weil der Brennereicharakter für mich persönlich eher so ein bisschen in die herbe Richtung geht. Über die Bourbonfässer wird das Ganze ein Stück weit in die Richtung befeuert. Nee, ich bin von Glengarry eigentlich eher ein Fan, wenn ein Weinfass im Einfluss ist. Habe ich übrigens auch einen probiert, der in die Kerbe schlägt. Guckt einfach mal die passende Playlist. Ich habe jetzt heute mal die Brot- und Butterflasche im Bereich der Altersangaben von Glengarry hier. Den Zwölfjährigen, eine klassische Mischung aus ehemaligen Bourbonfässern aus Amerika und ehemaligen Sherryfässern aus Spanien. Für einen zwölfjährigen Standard aus Schottland mit 40 bis 45 Euro nicht günstig. Das stimmt. Allerdings kriegst du hier auch mehr Alkohol als bei den üblichen Verdächtigen. Hier hast du 48 Volt. Und weil der eben 48 Volt hat, haben sie noch nicht kühl gefiltert, was ich eine super Sache finde. Denn die meisten Whiskys in diesem Altersbereich haben eben 40 Prozent und sind kühl gefiltert, weil die vielleicht irgendwo noch auf Eis getrunken werden, damit das Ganze aufgrund der Kälte, der Eiswürfel oder wenn du dir so ein Whisky meinetwegen irgendwie im Winter in einem Onlineshop bestellst, der soll nicht trüb werden. Der soll nicht widerlich ausflocken. Und deswegen gehen viele Whisky-Brennereien her und filtern das Ganze kalt, kühl. Das heißt, die kühlen den Whisky in der Brennerei schon auf 0 bis 5 Grad ab, damit das Zeug trüb wird und ausflockt. Drücken den Whisky durch einen Papierfilter, hat später den Vorteil, wenn er wieder warm wird, in der Flasche ist. Und man gönnt sich den On The Rocks, dass er eben klar bleibt. Aber es gibt so ein Alkoholgehalt von roundabout 46 Volumenprozenten. Da sagt man, da ist der Alkoholgehalt per se hoch genug, um den Whisky auch ohne Kühlfilterung klar zu halten. Und hier hast du eben 48 und deswegen haben sie auf diesen Schritt verzichtet, was ich gut finde, weil ich bin der Meinung, das, was du da rausfilterst, das hat auch Geschmack und ist das weg, fehlt es denn irgendwo an Geschmack. Gefärbt ist er aber leider. Aber gut, schauen wir mal. Ja, schöne Buddel. Ich mag das. Das ist eigentlich eine sehr schöne Flasche. Ziemlich schwer auch. Und ich überlege gerade, habe ich den überhaupt schon mal probiert? Ja, habe ich einmal. Ich glaube, ich habe den Whisky, den Glen Gibry mit 12 Jahren in meinem ganzen Leben, einmal probiert. Das ist aber ewig her. Das war mal auf einer Whisky-Messe. Da hatte ich den, glaube ich, als Opener im Glas. Aber ihr wisst, wie es ist auf einer Whisky-Messe. Die ganzen Eindrücke, die ganzen Whiskys, die ganzen Menschen. Ich habe irgendeinen Whisky zum Einstieg gesucht und habe mir damals den mit 48 Volumenprozenten geschnappt. Der war ein guter Starter, aber ich kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern, wie der riecht, wie der schmeckt. Von daher bin ich da jetzt eigentlich unbefangen. Aber ich hoffe, er geht nicht in die Richtung von dem Founders Reserve, weil der hat mir absolut nicht gefallen, weil ich den sehr herb und sehr bitter fast schon fand. Mal gucken. Also du riechst auf jeden Fall, es ist kein 40 Volumenprozenter. Du riechst aber auch, es ist keine Fassstärke. Was ich damit sagen will, ist die 48 Volumenprozenter, die sind cool in der Nase. Du merkst, der Whisky, der hat Kraft. Das ist kein Lascher mit 40, da geht schon was. Der riecht ziemlich würzig und ziemlich floral. Das erinnert mich so ein bisschen an Heidekraut. Ähnlich wie du es bei einem Highland Park hast, so eine würzig-blumige Aromatik, ohne dass der Glengiri jetzt aber Rauch hat. Aber es erinnert mich von dieser Heidekraut-Aromatik stark an den Highland Park. Aber der ist völlig unpeated, kein Fünkchen Rauch drin. Bisschen herb ist er tatsächlich auch. Also erinnert mich an den Founders Reserve, was er ja auch nicht verleugnen kann. Ich meine, es ist ja der Whisky aus derselben Brennerei. Hier ist Frucht mit dabei, ziemlich viel Birne. Aber auch hier diese Herbe, diese Schale. Also süß ist der ganz unterschwellig. Der hat schon so ein bisschen Prädikat, würzig-herb. Das ist jetzt nicht unbedingt mein Beuteschema. Was ich hier aber schön finde, ist diese satte Birne. Also selten so intensiv Birne in einem Whisky gehabt. Vor allem im Sinne der Schale. Aber du musst halt auf das Herbe stehen. Der steht schon 20 Minuten. Wird ein bisschen süßer, hat so ein Mix aus Vanille, Karamell, Puder, Zucker. Das ist aber wirklich sehr unterschwellig. Also was den Whisky für mich ausmacht, ist diese blumig-würzige Aromatik, diese Heidekraut-Note. Vermischt mit der Birne, aber hauptsächlich die Birnen-Schale. So in die Richtung geht das. Süße, unterschwellig, ja. Vanille, Karamell, Puder, Zucker. Bisschen Eiche, die trocken ausfällt. An sich relativ ausgewogen, aber eher Prädikat-würzig-herb. Herb. Das Lande. Jo, 48 Volumenprozente finde ich geil. Da geht was. Der ist richtig schön, kräftig, angenehm. Aber der schiebt nichts negativ. Der geht einfach toll vorwärts. Und du hast hier eine wunderbare Balance aus Süße, Würzigkeit und Fruchtigkeit. Eine tolle Karamell-Note. Muss ich ganz ehrlich sagen. Floral, blumig, würzig, diese Heidekraut-Aromatik. Und eben von der Frucht her die Birne mit ihrer Schale. Hinten raus kommen die Eiche dazu. Es wird ein bisschen herber. Aber der ist unfassbar geschmeidig mit seinen 48 Volumenprozenten. Er ist kräftig. Das macht Spaß. Ich bin ein Freund von etwas mehr Alkohol. Und 48, vielen Dank. Die machen hier absolut Sinn. Weil die bringen die ganze Komplexität vorwärts. Alkohol ist Geschmacksträger. Ähnlich wie Fett beim Essen. Hier hast du 48. Das packt sich die Aromatik und bringt sie vorwärts. Geschmacklich gefällt er mir ziemlich gut. Weil da ist er nicht primär auf dieser würzig-herben Seite. Nö, da ist er ausgewogen. Müsste aber auch so riechen für meinen Geschmack. Aber das ist jetzt subjektiv. Ich bin jetzt nicht so der Freund von herben und würzigen Whiskys. Ich bin eher so der fruchtig-süße Typ. Das hat er auf der Zunge, in der Nase nicht. Aber du riechst hier auch schon, dass hier ein sehr, sehr hoher Bourbon-Fassanteil drin ist. Hier sind Sherry-Fässer mit drin. Ich würde aber auch sagen, das ist nicht viel. Macht aber nichts. Nelke wird ziemlich krass. Toller Alkoholgeist. Also mir macht es schon Spaß, den zu trinken. Eine wunderbare Balance aus eben dem genannten. Süße, Karamell, Würzigkeit und Blumigkeit. Nelke ist jetzt deutlicher zu erkennen. Bisschen Pfeffer vielleicht sogar. Der Alkohol könntest du auch so ein bisschen mit Ingwer assoziieren. Aber macht Spaß, stört nicht. Und eben Frucht. Und zwar von der Frucht her krass die Birne. Und vor allem die Schale, weil hinten raus kriegt das alles so ein bisschen eine herbe Malzigkeit. Blitzt da nochmal kurz auf, auch mit einer herbe. Auch wenn die Eiche dazu kommt, es wird leicht trocken, es wird leicht herb. Bitte wird es nicht. Geschmacklich finde ich ihn gut. Auch wenn so die Attribute herbwürzig nicht mein Ding sind. In der Nase sind die schon ausschlaggebend. Da würde ich sagen, vom Geruch her ist es nicht mein Whisky. Das liegt aber jetzt tatsächlich an mir, an meinem persönlichen Geschmack. Letztendlich von der Mach-Ark, wie der Whisky gemacht ist und was er hier abliefert für seine 40 bis 45 Euro. Kann man machen, ne? Also wer auf die Eckdaten steht, der macht mit dem nichts verkehrt. Infolgedessen, auch wenn es nicht meiner ist, den kann man empfehlen. Guter Whisky. Habt ihr den Glengiri schon probiert? Mit 12 Jahren den Founders Reserve, wie findet ihr den 15er? Das ist so mein Favorite aktuell. Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich für das Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Haut rein! Bis zum nächsten Mal.